Ich weiß, es kommt immer ganz gut, man ist vorne und setzt sich hin und dann bist du aber vorne und keiner weiß, sind es vorne oder sind es hinten. Also bei mir merkt man wahrscheinlich schon auch nicht, sind wir vorne oder hinten, weil ich eigentlich immer emotional bin, aber die Bahnen sind wichtig.